so hier die rote noch hier war ich noch gar nicht oben soweit ich weiß oh yo ne ich warte mal ich war hier noch nicht so let me ask you something are you here in the lands between to take up the fight is your faith in the guidance of grace hold for despite the collapse of the uh us yeah yeah yes you're a tarnished through and through takes me back that's a quality needed any interest in bearing the torch of my battle arts all i know is the sword now's the time to put up learn skills aha oh that i have to take a look at me now okay the three things i have now picked up uh kick here to cry and become bad and a storm blade there's a myriad of battles moment a fine tale that's how i felt it grants meaning even to fall in battle well until we just we there we use slowly Oh, was ist das? Oh, wow. Ja, knapp. Was, was? Ach ja. Kommt er da nicht hoch? Was macht Bock? Was ist das für ein Zottelhund? Komm, er geht mir so auf den Sack. Noch einer. Okay, da gehen wir gleich weiter. Erstmal noch gucken, wo es da hoch geht. Ob es irgendwas labermäßig ist, da muss ich aber gar nicht hin. Trotzdem einmal das Ding umkurven und mitnehmen. Nein, boah, ich lebe noch. Nein, was passiert? Warum kann ich mein Pferd nicht? Ich habe ein wenig Angst, okay, ein Vader. Ah, fuck. Ah, schade. Na, okay, ich finde, schwere ist ein bisschen. Ey, ich habe doch gehittet. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Noch mal Talisman. Da ist da hinten Nachrichten oder Items. Andere Seite checken. Competitive Multiplayer. Feint also zu zu sein das Ding. Auch nix. Ein weiter Richtung Osten. Ein weiter Richtung Osten. Das war die falsche Markierung, da lang. Was hast du für mich? Ja geil. Okay, mehr Attack Power und mehr Defense. Ach guck mal und das... Oh, warum benutze ich das nicht auf meinem Schwert? Ich mach doch hier auf Faith, dann gibt das doch bestimmt... Das muss ich mal ausprobieren bei der nächsten Möglichkeit. Erstmal weiter. Da hinten ist ein Mistkäfer. Ne, doch nicht. Ey, was ist hier? Ey, das ist einfach so leicht zu übersehen. Komme ich hier rein? Ey, man muss echt jeden Winkel hier abklappern, sonst übersieht man die Hälfte. Death Touched Catacombs. Die muss man wahrscheinlich immer öffnen. Skelette. Das ist so ein gut gemachtes Spiel. Es gibt hier so viele Gegnertypen. Das ist echt krass abwechslungsreich. Ja, okay, die stehen einfach wieder auf. Oh, 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 okay, okay. Ich muss die schon ernst nehmen. Ey, der kommt einfach von der Seite. Also ich hab doch hier dieses... Ah, okay, das geht nur... Hm. So. Kurz testen. Ja, das ist doch gut. Jetzt mal hier durchlaufen. Bei Kämpfen macht ja keinen Sinn. Die stehen ja alle wieder auf. Gehe ich mal von aus. Und wenn die mir zu nahe kommen, dann... Hoffe ich, hilft das hier. Kurz. Da oben sind wir am Shooten. Da geht's. Boah, das ist sehr, sehr nützlich. Boah, da muss man sich echt konzentrieren. So einfach vorbeilaufen ist nicht... So einfach vorbeilaufen ist nicht... Nur zu resetten. Oh, man. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Black Knife Assassin. Oha, das hat ihm einfach die Hälfte abgezogen. Okay. Also das Schwert. Nicht der Stomp. Entweder bin ich zu overpowered, oder? Boah, was ist das denn? Oh. Critical Hits Restore. HP. Nehm ich ein Heavy Load. Bin ich mal gespannt. Und... Wie das funktioniert. Death Root. Okay, ich hab mir das durchgelesen. Ich hab keine Ahnung, was man damit machen kann. Und wieder raus. Weiter geht's über die Brücke hier. Ich hab einfach Angst, irgendwas noch zu übersehen hier. Eigentlich muss ich einmal bis hierhin reiten und dann weiter. Oh, ist hier noch irgendein Riese. Das sieht wieder aus, als wenn der Typ aufstehen würde. Na komm. Ja. Boah, der aufgestanden ist, ist er schon fast tot, ey. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 1.000 Drohnen Irgendeine Waffe, die viel zu fett ist, wahrscheinlich Das interessiert mich gerade nicht, aber Hat sich gelohnt, hier vorbeizuschauen Komm Da ist man Okay, verstärkt die Angriffe auf dem Pferd Pferd Komm, ich hole mir das Item Oh, ey, auch was verpasst Den kenne ich aus dem, aus der Demo So for sure Oh, meine Sterne Ich bin so froh, dass Sie dich sehen Ich bin Alexander Was das? Kannst du mich aus dem Das? Mein Dank 1.000 Dank Eww Eww Okay, noch mehr Ah Well played, Goosa Oh, das Wollop von deinem Almost spelt The end of me Well I'm out now And that's what counts Aye Thank you And As a token of my appreciation I'd like you to have this Yo Good here Not again Pleasure is not Aye And beyond these lands And upon their southern pitch Is Redmayne Castle In which a festival of combat is being held I'd heard whispers of such festivities before Doesn't the notion set your breast of flutter? Okay Okay Wenn er noch hier ist Dann muss ich den Bereich hier auf jeden Fall auch abchecken Nix Bisschen holen Jo Komm mal ein bisschen weg hier vom Abgrund Kein Bock da runter zu fallen Komm Komm Ja, Mist Uh Oh, nee Okay Oh Oh What's up? Komm Nix Nix Was? Guck mal hier 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 Ich dachte, wer war so besonderes, diese Dinge, aber die sind ja überall. Jetzt habe ich seinen Helm auch noch. Okay, am besten einmal hier so komplett rum. Ach, die Cookbooks sind zum Craften, okay, das macht Sinn. Warum nicht? Hat gereicht. Hier ist der Händler. Und hier kurz vor der Brücke war der neue Checkpoint. Da war ich noch gar nicht, ne, ne, ich bin mit Smile hier. Okay. Der lebt noch. Okay. Oh, was ist da hinten? Ist jemand einfach am Paddeln? Okay. 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 Let's go. Das war's für heute. Wo ist die hin? Ah, nein. So, so, so. Was ist das? Oh. Was ist das? Oh. Ist wieder weg. Das Pferd ist echt am besten. Der hat gesessen. Oh. 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 Okay. Okay. Hier ist die. Oh. 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 da war ich schon ich habe jetzt noch den drachen hier offen und den endgegner erst mal gucke ich mal ob ich meine waffe aufrüsten kann was einer fehlt genau und ich wollte ja meine waffe so mit diesem armament oder wie das heißt hätte ich 291 und ohne hätte ich nur 214 und das lohnt sich auf jeden fall und die waffe kriegt ein descaling auf faith und dexterity und strength werden auf e runtergestuft das ist perfekt man kann das immer wechseln einfach so das kostet gar nichts ok gut zu wissen wo am liebsten würde ich jetzt alle ausprobieren aber das sieht auf jeden fall aktuell ganz gut aus so jetzt kann ich zum drachen ich kann meine wälder beschwören sieht auf den ersten blick machbar aus von dem schaden den ich anrichte ja am besten ohne ohne anzulocken und du ba und du du Ah, den kann man aber auch kaum sehen, ey. Das hört weh. Das hört weh. Oh, was? 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 Passiert ja gerade nix. Langsam. Oh, was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, come on! Ah, ist klar. Was geht bei dem? Wo klettert der denn hin? Was ist das? Was war das denn? Haut der ab vor mir? Einen Hit bitte, einen Hit! Da ist er! Great Enemy Failed Dragonheart Es gab doch diese Kirche Wo man so Drachenherzen Da Das nehme ich So, Drachen besiegt Sein Herz haben wir abgegeben Haben jetzt Einen Zauber, den wir noch nicht nutzen können Weil wir noch Arcane leveln müssen Und jetzt versuchen wir uns den nächsten Boss zu holen Das war's! Oha, das zerstört den einfach komplett Nein, das zwei Boah, das ist heftig Great Sword Boah, 40er Stärke Ist klar So, das nächste wird sein Arcane auf 13 zu leveln Damit wir den Zauber nutzen können Gleich ein bisschen Farben G // B S G // Vielen Dank.